ja hallo liebe leute hier ist wieder pokémon ich habe ein wenig trainiert und ich jetzt nicht zu alt aus sehe ich hier ich will euch was ganz tolles zeigen wenn man wieder ins pokémon kommen würde ein mohollo ich hab Diablo vorne was kann Diablo? Diablo kann jetzt Konfusion ja wenn du eine Psychokinesie erlangen kannst dann eben Konfusion und jetzt hau dir eine selber rein nicht du ihm sondern dir selber blödmann ok soviel dazu gucken was es in diesem Haus gibt ach hier der Pokémon Pension alles klar brauchen wir nicht was ist das oder ist bestimmt das Fahrrädgeschäft drin oder? ich hab grad Fahrräder gesehen er wird ein Fahrrad wow mal von mir bla 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 ja ja Fahrräder sind sehr teuer ja ne Million hab ich leider nicht dabei muss ich nochmal zur Bank hier holen was ist denn jetzt gibt es hier noch etwas Schönes wuuu ein Smetbook Butterfree ich mag den Namen irgendwie das ist nix das sieht irgendwie schon lustig aus immer als irgendwie ein bisschen wie abgeschnitten ich finde das sieht aber auch gut aus oder nichts schlechtes MAUCI wenn's weiblich ist fang ich meins ich will ein weibliches MAUCI hey MAUCI ich will ne Katze MAUCI ja das morgen gibt's noch Koffing der englische Name ist sowas von lustig ok nächstes MAUCI fang ich mehr das scheint auch ein bisschen seltener zu sein ich will ein MAUCI ich will ein MAUCI das ist süß so mit die Katze ist cool und es kann voll viel Attacken ach du kacke Purigon diese komische Ente da mag ich gar nicht das ist 3D Ding mach die noch nie ich finde die ganze Entwicklung davon auch voll naja komisch das kann man echt denken das ist sowas von Weltall oder es hat irgendeiner kreiert da gerade ein bisschen besoffen war meine Meinung dazu oh ich will kein Borough und ich will ein MAUCI MAUCI ich will ein MAUCI Mietz 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 komm mir kleine Katze ich hätt's mal leicht fangen sollen ich war unsicher ich wollte aber gern weiblich weibliche Katzen sind süßer weil menschliche Katzen sind Kater ich fang meine weibliche Katzen weibliche Smau zu mir das nicht ne Lucy ah da ist schon eins ok Kratzer kann ich machen wir sehen wie es als erstes da unten geht so wir sehen vielleicht recht ist schon oh gewall ja brav das erste Mal so ein Pokémon weil ich habe erst mal drin bleibt ja ich nenne sie Lucy so heißt die Katze von Diablo so so wie nur dass ich so richtig schreibe wird sie jetzt mit Z oder äh mit C oder S geschrieben ich nehme einfach mal die C Variante äh es wäre weggemacht äh es ist die weggemacht so so ich nehme mir zu namens Lucy yeah nee du sollst tauschen Switch so kann sie mit Name ja sie kann mit Name ui sie kann schon bis ist ne tolle Katze tolle Lucy äh äh Porygon okay dann holen wir mal Hera rein da muss jetzt muss ich wieder mein Maussie bis mein Lucy ein bisschen trainieren na tage ja äh äh auch mit mir aus ist mir egal was du jetzt erwarten musst okay wo sind wir jetzt aaaah Wett greift mich einfach an nein das kannst du nicht machen weil du hast nen Tauboga Tauboga ich will schon Taubos sagen das ist irgendwie schlecht warte mal Potion für Diablo falls was passiert oh und Lucy hat was musst du ja gleich wegnehmen spielst du ja mit Ruhe und Nerf uns ja super effektiv das sehe ich nein nicht daneben gehen triff okay jetzt müsste ich gleich mal heilen so ja du mit deinen komm hier ach quatsch äh ach miss hätte ja helfen können eine mh ach einfach mal probieren geht mal studieren weiß es okay war tot hätte ich mir denken können weg Charmander ja Blaster damit er auch nochmal zum Zulu kommt Wottergang hochlevel 18 boah ich bin so schlecht wie bei meinem Pokémon ich habe mir schon zu viele Pokémon anfangen die kann ich nicht alle so gut trainieren Abra was hätte ich Lucy reinschicken können mit ein bisschen das wäre weg gewesen ah ich bin zu doof kommt mir das eigentlich nur so vor oder ersetzt der Red wirklich unseren Rivalen nein will ich tauschen was soll ich sagen oh Gott was ja jetzt hat er die gleichen Pokémon mein ja nur äh die die können alle über Steine und so gehen so Pokémon nachhören so was hat denn nun die liebe Lucy dabei die Themen ähm chest to bury das war sie nun Beere oder äh ne das war Aufweckbeere okay also es geht ja schon ins Markt ähm ja ein paar Tränkele glaube ich sollte ich mir wiederholen ich habe gerade ein paar verballert äh Super Potion war auch schon ein paar mitnehmen fünf reichen und nur Potion nur drei mit okay was hast du hier das ist auch ein Tragosso haha das Punching ist Trainer yeah verklopp ihn oh oh man aber ach tauschen ist das ja der ist nein und ich mache kurz Pause weil ich werde gerade angerufen bis gleich so da bin ich wieder das war gerade ein kleiner Notfall ähm habt ihr mitbekommen dass mein Freund Inzi hier war hat er das mitkommentiert und hat das Problem mit dem Zug gehabt hat er über eine Stunde Verspätung gehabt dann musste er einen anderen Zug nehmen und bla ich sag echt nur scheiß Bahn das nächste Mal kommt er mit dem Auto er wohnt übrigens fast an der Schweiz über 400 Kilometer so zurück zum Spiel und was macht Briggs bitteschön hier das ist der das Pokémon Saphir das ist ja auch Rubin und Smaragd vor allem mal speichern ach das ist jetzt ein Rocket Rüppel oder was was ist denn hier los okay ein Fall für Diablo ja fokussier dich nur und du bist eh gleich platt nach dem zweiten Konfusion ja ich weiß den Namen jetzt nicht aber ich weiß Entschuldigung ich spüre dass das jetzt Traumato sein muss und ich hätte recht ich meine sie haben das bis huh super na toll jetzt kann sie bis nicht mehr setzen aber das macht nichts und jetzt schläft sie nein ich hasse Traumato genau Traumato ich würde schon fast Hypno sagen ich habe mir immer noch keine oh Paralyse an die gibt aber das schlaft den nicht ja Kratzin zu Tode und sie recht leidt 14 yay das war jetzt äh müsste jetzt Schaufler gewesen sein nicht wahr ich guck mal hier ich weiß ja nicht was mal hier ist ja Schaufler Team Xirp Xirp ah das würde mit Freunden in sie jetzt fallen der Magna mit Dex nice hier ist das so dazu ja ja ok also ist das wahrscheinlich irgendwo ok ist das jetzt in der Arena ich sehe aus wie Misty so wie man sich das zerscheidert gekriegen oh he ah das ist jetzt hier so ah ich verstehe das ist jetzt hier wie ein Fuchsania City ah ich verstehe oh lass doch mal die arme Lucy in Ruhe ah nein ok ich meine gerade ich habe gerade kein gutes Pokémon jetzt hier für gegen Wasser ich gehe dann erstmal nochmal raus und nochmal ein bisschen weiter umgucken so ich soll jetzt irgendwo zur Schneider herkriegen ja hell mich redet nicht viel mhm mhm da geht's ja da raus oh das ist doch ein Haus das hat sich gerade geräumt äh achso ja kann ich eh nicht machen bla 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 das war jetzt der Birn oh das hat mir irgendwas wegen Birnen gegeben aber die Birnen sind mir jetzt gerade egal mhm naja mal gucken das ist vielleicht ein Pflanzen-Pokémon oder hi ah ja das habe ich von ihm hier zerschneider bekommen kann ich das schon einsetzen die Sache wem bringe ich das jetzt bei oh muss ich wohl über Lucy beibringen ich bin zerschneider doof herrnissen zerschneider zerschneider ach Mist so muss ich echt ja den Rest machen doof naja irgendwie werde ich das schon hinkriegen haa das ist ein Labyrinth doof oh jetzt hab ich das richtig gefunden na super und ich hab nicht gespeichert bis ich weiß nicht trotzdem Criddle Cat Water Pulse wollte ich gerade vorschlagen vielleicht mache ich mal äh Heule aber das macht eh keinen direkten Schaden Konfusion ja Stami nein ach Mist ist das wohl jetzt vielleicht noch ok mal sehen Kampf Boden ah es geht Rocks möchte ich mal ein bisschen Verteidigung runter machen boah das war es knapp Tasche so nein die sind unten die Supertränke wir sehen jetzt besser ja und nochmal Dupertank komm Volltreffer also eins aaa fast komm och ne komm ich muss das ja noch fertig kriegen Zeit ist gleich oben nein nein nicht verwirrt du bist jetzt nicht verwirrt nein ffff hack tickel und tischelig überleben neuerlich nicht mehr so fort es muss schon wieder mein Prozent für die Arena machen ist doch schnell die Arena hier Ja, das ist zur Schade um die EP, weil ich das eh nicht brauche, dass das Pokémon spielt, aber naja, was soll das? Ja, jetzt kann ich wenigstens Cut einsetzen. Okay, dann mache ich jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns später.